So, ja, das kennen wir schon. Oh, bitte. Ja, war ja klar, dass wir wieder hier anfangen. Ja. Geil. Echt toll. Boah. Gebt er noch? Ja. Aber. Ach, man kann da nicht durchlösen. Oder ich hab's doch irgendwie gar nicht so drauf. Kommt's mir so vor, irgendwie. Ja, was soll das denn jetzt schon wieder? Echt? Meine Fresse. Bist du tot? Ja. Nein, ist er nicht. Muss er auch nicht oder so. Echt? Ich glaub's nicht. Ich steck's so übelst in der Scheiße, genau, mein Freund, du sagst das. Kannst du doch mal vielleicht sterben? Junge? Hä? Was? Jetzt er... Das gibt's doch nicht. Oh. Mannheim, schützt ihn, genau. Mannheim, schützt ihn, genau. Okay. Wo ist er? Okay. Wo ist er? für unseren kleinen Kollegen da unten. Das scheint nicht so... Das hätte ich ihn erwischt. Jetzt hat er aber... Kann er auch nicht ewig überleben. Weiß mal hier. So, da oben sind jetzt auch noch welche. Aber ich weiß nicht, wie ich die ausschalten soll. Ich versuche jetzt mal hier lang zu gehen. Vielleicht hilft mir das weiter. Dreier Maat haben wir noch. Vielleicht... Jetzt bräuch ich erstmal... So, werfen wir da hoch. Achtung! Komm. Was? Ach man. Scheiße! Geil. Echt. Oh, der hat gesessen. Also jetzt so ein... Schnellspeicherpunkt. Wäre gar nicht mal so schlecht. Das hat die Lichter ausgemacht. Das ist gut. Aber sowieso, die gehen jetzt schon wissen, wo ich bin. Oh, der hat das... Glaube ich jetzt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, verwunderte umzubringen. Nee, die lassen wir mal. Tun ja einem nichts mehr. Oh mein Gott. So kann ich da die Mund nicht nehmen. Das finde ich unfair. Auf jeden Fall. Da auf der anderen Seite war noch... Waren noch welche. Aber wo? Dann. Oh nee, der ist tot. Ja, der ist tot. Okay, okay, okay. Da, Mann. Granate. Okay. Also ich gehe da jetzt nicht rüber. Ich will es einfach jetzt nur noch hier schaffen. Okay, bis jetzt sieht... ...gut aus. Das ist irgendwie sowas wie ein Panzer. Ich hoffe, der tut nichts. Also jetzt würde ich... Oh. Oh, schnellspeicher, danke. Also jetzt würde ich mich... ...echt über so'n... ...nuss alles freuen. Im Ernst. Bitte, sag, dass ich richtig bin. Ja. Das wäre es jetzt noch, wenn ich jetzt noch mal alles zurückgehen müsste. Okay, die sind tot. Und irgendwas schießt hier. Da. Okay, haben die noch Zeit. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Dieser Kollege hat noch Zeit. Okay. Der ist tot, glaube ich, oder? Aber ich glaube, ich habe jetzt andere aufgeschreckt. Das war vielleicht jetzt nicht so smart. Und... Ah, wir werden sehen. Okay, ich weiß nicht, auf was er schießt. Aber... ...solange er drauf schießt, schießt er nicht auf mich. Oh, genau. Mal schön in Deckung gehen. Ah, geil, jetzt hat er mich gesehen. Wo ist der? Da ist noch einer. Oh, geil. Oh, das ist jetzt wieder so... ...freudiger Spaß für die ganze Familie. Aber... ...für was haben wir denn? Keine Ahnung. Na, werfen wir mal so, das müsste passen. Oh Gott, das leckt ja. Oh, sorry, Leute, ich bin lecker, aber... Kannst du mal sterben? Ist jetzt tot darum? Also... Ich glaube, ich gehe mal ein Schrittchen vorwärts. Weil er aus dem Geschütze sitzt, glaube ich, draußen. Also, ich muss sagen, diese Waffe gefällt mir da oben. Und der Roten Armee, glaubt nicht den Lügen unserer Kommissare. Trau dich. Alter, unten. Oh, einen schönen Schuss reingelaufen. Nein, dann kommst du nicht. Ich schieße gerade so daneben, ich weiß. Wow. Uah! Hat mich da hier gerade jemand mit einer Waffe beworfen. Okay, das sieht so weit so gut aus. Hier ist noch irgendwo einer, ich höre ihn, da hinten. Aber noch irgendwo einer. Da. Komm aus deinem Versteckchen, Kollege. Zu tot. Nein. Doch, fuck der weiter neben. Aber der trifft. Verflucht, ja. Sag das mal. Wenn du gerade einen Schuss von mir hast. Was? Ah, pfui. Ich bin irgendwie da mein Mund einsammelt wie meine Waffen. Okay, das ist schön. Hier ist nichts. Okay, auch gut. Boah, ist das ja mal wieder eine geile Sache hier. So was stehe ich. Ah. Okay, das ist also das Nachtsichtgerät. Jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob das alles war. Boah. Ah, hundf. Hab ich den jetzt erwischt, oder? Ich weiß es nicht. Bringt mir nichts. Wer schießt auf mich? Gut, den habe ich erwischt. So einen kleinen Schützen hier oben. Häng mir schießt noch auf mich. Aber ich weiß nicht, wie er... Medgit. Gib Medgit. Den habe ich auf jeden Fall erwischt. Gut. Gut. Also es sieht gut aus bis jetzt. Ich glaube, ich mache Fortschritte. Fortschritte. Okay. Zeig den Pfeil nach oben. Zeig den Pfeil nach oben. Wow. Oh mein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Wo kam die denn plötzlich her? Alter. Dieser eine hat mich aber ganz schön erschreckt, muss ich schon sagen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier wirklich lang will. Das ist wahrscheinlich so ein super Geheimgang. Mit dem man wahrscheinlich ganz easy peasy hier alle alles umgehen kann. Oh, ich brauche hier eine Gasmuske. Und meine ist kaputt, also gehe ich hier wieder hoch. Weil ich will nicht vergast werden, danke schön und weiter geht's. Eigentlich hätte ich hier meine Puppe gar nicht mehr nehmen können. Oh, ist egal. Ist egal, jetzt sind wir sowieso wieder auf großflächigerem Gebiet. Deswegen... Ist irgendwas... Oh, mein... Oh, wahrscheinlich hätte ich alles so leicht umgehen können. Und ich gehe so einen Scheißweg und sterbe andauernd und... Wow! Was ist das? Oh!